Herzlich willkommen zum Kampagnenmodul 2, Recherche. Eine Kampagne zu planen ohne eigene Recherchen ist fast nicht möglich. Und da gibt es eine ganze Menge Tipps zu beachten. Als allererstes rekapituliert ihr, was ihr schon wisst. Manchmal ist das viel, manchmal ist es gar nicht so viel. Überlegt, welche Akteurinnen sind in dem Feld tätig. Wer trägt Verantwortung für den Konflikt, an den ihr ran wollt? Wisst ihr vielleicht, dass es konkret um ein Gesetzgebungsverfahren geht und wie das eigentlich funktioniert? Wollt ihr euch an PolitikerInnen wenden? Wollt ihr ein Unternehmen direkt adressieren? Oder habt ihr Einzelpersonen im Sinn? Versucht euch das klarzumachen, dann habt ihr schon einen ersten Schritt in Richtung Recherche geschafft. Mir hat ein paar Mal schon diese Übersicht geholfen. Nochmal zu überlegen, adressieren wir eigentlich mit unserer Arbeit, die wir jetzt starten wollen, Adressieren wir da eigentlich eher einen konkreten Prozess, wie eine Gesetzgebung, eine Entscheidung auf der kommunalen Ebene, eine Auseinandersetzung um die Förderung mit Hybrid-Saatgut? Oder gibt es ganz konkrete Personen, weil ihr sagt, dieser Bürgermeister in unserer Stadt ist so ein Autofetisch, da gehen wir gegen vor? Oder habt ihr Strukturen am Start, mit denen ihr euch auseinandersetzen wollt, wo ihr sagt, wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, zum Beispiel an Alternativen mitzubauen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass eine alternative Saatgutentwicklung durch einen Hof in der Gegend gestärkt wird und erfolgreich sein kann. Genau, die Folie könnt ihr euch auch nachher nochmal in dem kompletten Download-Präsentationssatz angucken. Und dann ist A und O der Recherche meistens erst mal das Internet. Es gibt dort unglaublich viel zu finden und ihr habt mehrere Herausforderungen zu bewältigen. Eine ist, die richtigen Quellen zu finden. Schaut euch genauer an, welche Fehler man da machen kann. Es gibt nämlich auch viel Mist im Internet. Und einmal unterwegs in schlammigen Pfaden könnt ihr manchmal gar nicht mehr leicht unterscheiden, was hilfreiche Infos sind, die euch die Menschen auch glauben können und womit ihr euch eher unglaubwürdig machen würdet. Ich habe einige Recherchetipps auch im Handout für euch hinterlassen. Das ist manchmal hilfreich, wenn ihr da im Detail dran arbeiten wollt. Auf jeden Fall aber überlegt euch gleich am Anfang, wie ihr Ergebnisse festhaltet. Ich lege mir meistens ein Dokument an, in dem ich zu jedem Recherchepunkt das Datum notiere. Ich schreibe mir dann mit ein paar Stichworten auf, was ist drin in der Quelle und ich hinterlasse in dem Dokument den Link zu dieser Quelle. Das ist total hilfreich und es ist wirklich nötig, damit ich hinterher nicht alles nochmal von vorne mache und nicht mehr weiß, woher das Zitat kommt oder wer die Zahl eigentlich ursprünglich in Umlauf gebracht hat. Das ist übrigens für Kampagnenarbeit echt wichtig. Ich glaube, die bekannteste Umweltkampagne in Deutschland ist 1995 von Greenpeace gestartet worden. Da ging es um das Versenken einer Ölbohrplattform in der Nordsee. Die Firma Shell hatte das vor. Und es gab wirklich über Tage Schlagzeilen. Es war eine gigantische Kampagne mit Boykottaufrufen, mit tollen Aktionen, mit einem Erfolg am Ende. Aber es gab zwischendurch auch eine Phase, in der Greenpeace heftig ins Straucheln gekommen ist, weil sie ein paar falsche Zahlen veröffentlicht haben. Und in dem Moment, wo ihr wirkmächtig werdet, ist es umso wichtiger, präzise zu sein. Okay, ihr habt recherchiert. Ihr habt eine ganze Menge spannende Sachen in eurem Dokument und jetzt geht es darum, ins Gespräch zu gehen. Sucht GesprächspartnerInnen. Oft wird dann erst lebendig und fassbar, um was es geht. Manchmal sind Betroffene die richtigen AnsprechpartnerInnen. Manchmal findet ihr in bereits Engagierten, in Menschen aus anderen Verbänden die richtigen Leute. Oder ihr kennt jemanden aus der Politik. Und auch wenn ihr nicht jemanden kennt, wenn ihr an politische Prozesse ran wollt, dann versucht, telefonisch, persönlich, wie es bei euch am besten passt, ins Gespräch zu kommen. Ich erlebe immer wieder, dass zum Beispiel die MitarbeiterInnen der Abgeordneten in den Wahlkreisbüros super hilfreiche AnsprechpartnerInnen sind. Auch Leute in Behörden geben Auskunft und das Informationsfreiheitsgesetz erlaubt uns auch, sehr, sehr viele Informationen abzurufen, selbst wenn die Behörde auf den ersten Blick das nicht so gern herausgeben will. Mehr Tipps dazu im Handout. Ja, und jetzt seid ihr schon an der Reihe. Ich möchte euch einladen, eine Art Rechercheplan aufzustellen. Also, überlegt euch, wie würdet ihr rangehen an die Recherche für euer Thema, für das Thema, das euch umtreibt, wo ihr euch einmischen wollt. Markiert in dem Mindmap, was ihr nach dem letzten Modul angelegt habt, wo ihr gerne tiefer gehen würdet. Niemand kann alles recherchieren. Ihr müsst keine Doktorarbeit schreiben können zu eurem Thema. Ihr müsst überlegen, an welchem Punkt wollt ihr so viel wissen, dass ihr dann dort nachhaken könnt. Und dann notiert ihr schon mal ein bisschen, wie es gehen kann. Der ein oder andere richtige Suchbegriff fürs Internet kommt bei der Gelegenheit meistens auch in den Kopf. Und los geht's. Ich freue mich auf eure Ergebnisse und wünsche viel Spaß beim Recherchieren. Wir sehen uns im nächsten Modul.